Christine Walter Bankraub Hintergittern der Frauenknast Morgen 21.50 Uhr bei RTL Plus Einfühlsam, kompetent, charmant Das kriegen wir wieder hin Dr. Stefan Frank Heute 20.15 Uhr bei RTL Plus Also mich und ihn Sehen Sie heute um 21 Uhr bei RTL Plus Täglich die Gerichtshows bei RTL Plus Um 11.30 Uhr das Jugendgericht mit brisanten Fällen Er hat mich unter Drogen gesetzt Im Anschluss das Strafgericht Und um 16.10 Uhr das Familiengericht Täglich, verlässlich, menschlich Die Gerichtshows bei RTL Plus Gleich, ruckzuck Unsere beigewarische Balletttruppe Lieber Victoria's Secret hier, meine Damen Die Show, die einfach Spaß macht Was hast du gesagt? Das wäre eine für mich Wäre doch eine nette Feier hier, die Teams, oder? Ruckzuck Gleich bei RTL Plus Gleich Das Glücksrad Hau rein, viel Glück Nein, 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 nein Ich bin sehr gespannt, wer das hier lösen kann Mitraten Mitkombinieren Mit ganz viel Spaß Das stimmt Glücksrad Gleich bei RTL Plus Mittwoch Die Häuser Ein Horror Oh Tine Wittler lässt den Hammer schwingen Das versteckt so ein bisschen die Sprache, weil sowas habe ich noch nicht gesehen Und ich will jetzt halt einfach die Kraft Es ist für die ganze Familie eine Belastung Ja Aus Bruchbuden werden Traumhäuser Oh, wie geil Einsatz in vier Wänden Spezial Mittwoch 20.15 bei RTL Plus Dieses Programm-Highlight und viele weitere Sendungen gibt's auch bei TVNOW Heute Bei uns im Sortiment vier beliebte Sitcoms Der Abend beginnt mit Ritas Welt Das hier symbolisiert die Sonne Brasiliens Da kann ich niemanden gebrauchen, der rumrennt wie 10 Tage Regenwetter Wenn Sie so weitermachen, kommt nach dem Regenwetter noch eine Sturmflut Im Anschluss Nicola Haben Sie ein Tattoo auf dem Hintern? Nein Und Sie lassen die Hose an Direkt danach geht es ins Amt Wie bitte? Sehen Sie nicht, dass hier gearbeitet wird? Zum Schluss besuchen wir die Camper Was machst du denn hier? Bei uns zu Hause nennt man das Duschen Unsere beliebten Sitcoms Ritas Welt, Nicola und danach das Amt und die Camper Jeden Freitagabend bei RTL Plus Morgen Hallo Sie wollen doch nicht etwa Doch, sie will Sind Sie öfter hier? Puh, ganz schön heiß hier Hoppala Also wenn ich das Higi Baby erzähle Der wird ganz schön Schaum schlagen Ich finde, wir sollten uns unbedingt mal treffen Für den extra langen Spaß 4 Folgen Magnum hintereinander Morgen ab 20.15 Uhr Mit meinem Magnum mache ich es mir so richtig gemütlich bei RTL Plus RTL Plus Für Dich